ein wunderschönen tag zu einer neuen folge ramo 6 siege mit dalu alex kapuze und dem sachsen hallo hallo das können die zuschauer am besten beantworten seit wann gibt es dieses blitz bundle da dieses weiße das habe ich jetzt gerade gesehen da ist ein anhänger dabei das steht drauf achtung sie verlassen jetzt west berlin ja 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 wenn blitz nicht so scheiße wäre ich würde es mir ja sofort gelten den anhänger kannst du übermachen oder ja gut stimmt auch wenn der anhänger gäbe ich keine acht euro oder was ja dann spielst du die falschen games westberlin ist nicht acht euro wert was ist mit dir los du musst du schon gut jawoll sagst du halt der hell ich hab wachle mich rekrut sachse melden sich zum dienst er war ja wieder im shop ne der sachse aber macht nix sachse wir zeigen dir das wie man das macht ja ja herr wasserbach so jetzt nimmst du mal deine west her damit ihr nicht kalt ist herr rekrut wo lassen wir offen wo machen wir zu nicht beim helm der lutschuh und jetzt wahrscheinlich gleich da kommen jetzt gleich drohnen herr rekrut geil da schauen sie doch mal ob da da kommen schon eine ich brauche eine wand bei mir ja eine links von mir genau an der hier ja und die hier die andere auch noch zu machen dann wir haben nicht so viel wenn oder ja dann kannst du eigentlich zu machen oder den boden den dropper ich habe noch zwei wände also könntest noch hier eine machen wenn du willst aber dann kann ich nicht mehr supporten in den gang eigentlich war mal hinter mir zu falls wobei kann man da durchschießen denn gibt es da fenster wenn man da zu machen kann man durchschießen ja kann nicht hier stehen bleiben ich stecke deinen rücken ja weil ich liebe ich bin eben pass immer auf dich auf ja wir haben auf der treppe noch nichts ne wir sind vorne gespawnt äh was ist das süden dabei habe ich einen stachel dorthin geläst das wasser nach oben ja 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 ich stehe aber so dass man mich direkt von der treppe aus pieken könnte ich habe noch ein schild ich habe noch ne ne ich habe noch cooler noch auf nadeln ich muss nur warten da hinten geht ein fenster auf ich stelle da mal was hinsagst ja dann wieder drauf und lösch da hinten ist ein fenster ganz auf ich glaube da kann man nicht reinspringen oder ich weiß nicht mehr in diese also das am ganz am turm kann man nicht rein ne wie an der normalen front da kann man rein perfekt so hier ist ähm blackbeard der seilt sich gerade nach oben kommt wahrscheinlich bei eurem fenster dann ui bei uns hier das hier wahrscheinlich was ist nichts los was ist das denn irgendwas schießt auf meine fenster ja die tür ist offen alex vor dir diese kleine horstür ja ich habe mir auch fenster vor mir ok sag mal trotzdem wenn er da durchgeht ja ich werde meine ganzen fenster werden leider aufgemacht ja das ist nicht so geil hallo da ist ein fenster auf kann ich weiß ich die sachen sind mir ins gesicht geflogen äh seilt sich ich habe einen seil ja pff bei uns jetzt auch da kommt er ins andere fenster ja ja und ja und die giftmine ist weg alex das ist der gang bei dir man kann hier durch Möchtest du mich im Boden schießen? Ja. Äh, ich hab da mit dem Schiff den Typen gesehen. Ich hasse den Typen. Was ist ein Steinboden hier? Aber ich habe... Treppenhaus kommt anscheinend auch hoch, die Kamera ist weg. Weil wir sind zwei. Danke, wer hat mich gerade gehalten? Ja, gerne. Ich sehe ihn, der Schwein, da ist er wieder. Da ist er und... Oh, ja, das andere Fenster. Ey, das ist doch ein scheiß Raum, warum spielen wir nicht gleich im Glashaus? Treppenhaus. Ich habe ihn gespottet. Er sucht mich gerade. Jetzt hat er mich. Treppenhaus down. Bei mir ist noch einer. Über das Fenster bei uns kommt eine Schreiweil, da unten wohnt ein C4. Hier ist noch einer da, der könnte... Na, der sieht... Hä, Leute, mein Fenster ist... Wo genau? Hinten drin, bei mir im Raum drin. Von hinten. Vorsicht, Vorsicht, da ist der. Wow, du warst aber gut drauf. Ja, ich war auch komplett drauf. Hat auch... Ja... Lappen-Bereich. Er, Erich Ruth. Noch einer im Nebenraum, pass auf. Ich habe unter der Hälfte, der letzte. Ach nee, vorletzte. Du bist der Liste. Erich Ruth, Attacke. Der arme Serverschrank. Ja. Ich meine, das ist halt echt ein Scheißraum. Man muss ja nicht jeden Raum von drinnen deffen. Keine Ahnung. Muss man nicht, aber da... Toll. Also in den Raum hätte ich mich nicht reingestellt. Ach klar. Ich wusste halt nicht, wo ich sonst stehen soll. Bei mir hat noch einer gefehlt im Raum. Ich... Wäre gern zu dir kommen. Ich habe es gehasst, wo ich war. Mh... Da. Da ist echt, Sprung war zu langsam. So... Mal schauen. Ah... Und tschüss. Der Lenny ist weg. Lennyyyyyy. Aber der Best Blitz EU ist da. Damit ihr wisst, ja. Best Blitz EU betritt die Arena. Unten. Ach, come on ey. Die Drohnen sind so langsam, wenn man springt. Die Drohnen sind super. Super. Super toll. Da gehen wir rein, oder? Ich habe ein Virgin, glaube ich, noch gesehen. Oder du hast das? Ja, ja. Okay. Von da vorne ist ein Störgerät. Da geht's da immer nichts rein. Na gut. Da fehlt uns ja nur einer. Hier, der... Der Typ mit den kurzen Hosen, wie der belasiatisch aussieht. Ach, sehr gut. Die haben also kein... Okay. Kein Bandit. Ich habe wieder eine Murder Drohne am Start, Leute. Ne? Ich habe eine richtig coole Drohne am Stüssel. Denkt dann hier unten auf die Garage aufpassen. Also... Vorsicht. Der... Den habe ich hier gespottet. Lassi. Lassi... Nicht verstärkt. Jetzt haben sie verstärkt gerade. Wir müssen Kunden helfen, damit der nicht stirbt. Wo soll ich denn aufmachen? Der stirbt nicht. Irgendwo. Die haben ein Mute. Das wird eh nicht funktionieren. Doch funktioniert. Soll. Nein. Äh... Le... Le... Lezion ist immer noch oben drinnen. Irgendwo hier in den... Den Gebäuden auf dem Flur da, wo es zu der Treppe runter geht. Also hier gibt es nur die eine Deckung. Fuck. Ja. Äh... Wirst du gucken dadurch hier? Ja. Ich hätte... Ich habe halt die Fenster im Blick gehabt. Ein bisschen. Ja. Aber hier... Hier wird keiner vorbeilaufen. Ich glaube nicht, dass ich da je wen sehen werde. Ach, come on. Ich sehe doch nur den Kopf. Und dann liegt es oder rechts? Äh... Treppe. Ich glaube nicht, dass sie das mit dem Crossfenster machen. Es... Hätten schon die Chance gehabt. Oder sie warten, dass wir reingehen. Oder sie warten, dass wir reingehen. Wobei, kann mittlerweile überall sein. Ich... Bin kurz weg zum Nachladen. Da, ne? Ja, genau. Okay, wie kommen wir jetzt rein? Äh... Was ist das? Böse. Hast du es weg? Ich wurde gespottet. Okay, was ist das, wenn du uns das alle entdeckt? Irgendwie auch gerade. Muss ne... Muss ne fette Kamera sein. Aber warum? Ach, die da hinten. Ja, hab sie. Von der Kamera. Ich mach hier die Tümer auf. Shit, da links im... Hab einen. Das klang sehr close. Ich hab... Ja, ich hab ihn. Okay. Schießt da einen alle? Über mir ist offen. Irgendein Fenster ging auf? Ja, ist an meiner Clay gestorben. Nice. Kein Problem, boys. Ich bin oben. Der ist tot. Der ist... Moment, ich hab noch Fußspuren oben. Der war nicht allein. Der kann nicht allein. Da sind noch Fußspuren. Nur noch ein Gegner übrig. Ne. Einer ist gelieft. Äh, direkt los. Ja. Wir konnten ihn so schnell ansagen. Ich dachte eher, das war sogar noch einer von euch, der mit mir reingegangen ist, weil der so einfach vor mir stand. Ich konnte ihn echt nicht so schnell ansagen gerade. Oh. Ja, ja. Da wollte er von hinten kommen und rennt in die Clay und danach schnell das Spiel ausmachen, weil's peinlich war. Hat keiner gesehen. So, Herr Recruit, haben wir euch schon für eine Glase entschieden? Vielleicht war das ja gerne. Vielleicht ist auch Aussie Huxley das gewesen, das noch am Start. Komm, ich bin mal bindet. Die Deutschen. Gibt's eigentlich, wo sind eigentlich die Österreicher in dem Spiel? Äh, hier. Du meinst die Cobra? Äh, hier. Hä? Wer heißt die? Die wollen's ja allein halt. Ja, ich war. Ich war. Die wollten nicht. Basiert eigentlich Cobra 11 auch da drauf? Nein, Cobra 11. Weil das war's deutsch. Das waren echt deutsche Autobahnpolizisten? Ja, ja. Ein Arm für Cobra 11 war eine deutsche Sendung. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Ja. Den Raum sichern. Oh, wieder der Raum. Wir sollten im Endeffekt das da auflassen. Dann kann man noch besser, dann müssen wir halt einfach gar nicht in dem Raum sein. Äh, hört sich gut an. Wie heißt die deutsche Speziale, ne? Das GSG 9. Äh, ihr SEK oder GSG 9. Ah, okay. Oder, sag, wir haben zwei, Alter. Ne? Bumm. Wir haben die Wege auch noch. Ja, die Wege, ja die Wege ist ja eure... Und dann gibt's noch die, äh, hier die Bayern da. Genau. Und die Cobra, die ist... Moment, ist die GSG 9 überhaupt deutsch oder sind das die Franzsacken? Ne, GSG 9 gehört schon. Also das Militär, oder? Das ist ja schon... Ja, die sind eh ins ohne Militär. Und die Cobra ist das gleich in grün wie in der GSG 9 Gruppe. Und die Vega ist bei denen... Also in Österreich bei uns ist es SEK. Ja. Wie machen wir das denn jetzt hier am... Ich hab noch, ich hab noch, ich hab noch, äh, Wände. Wie in der Einsatzgruppe. Und dann eine Wand da hinten da so. Damit sich verstecken kannst mit'n kleiner Bub. Ja. Machen wir da hinten. Aber für dich und dann immer sofort. Was ist das denn? Ready for take off. Alex, haben wir eine... Oh shit, ich werd' beschossen von hinten... Eigentlich vom... Wie das aussah, sah grad aus wie ein Film. Ja, ja. Liegt da nicht, Kaputzer, da kriegst du direkt nen Headshot. Ja, die kriegen von mir nen Headshot, Alex. Wir sehen. Ich guck dir mal zu. Ja, schau mal. Ja, ich guck da. Die, die... Weißt du warum? Weil die Neugier wird sie in den Tod lenken, ja? Ich bin da. Die denkt sich, aha, ich seh' aber so wenig. Ich will mehr sehen. Und dann komm' ich. Alex. Mhm. Die Neugier wird der Tod sein. Pass auf, merk dir das. Ignorieren. Jupp. Ich hab'n Hammer hier. Willst'n den haben, Kapuze? Ich glaube, die haben ne Drohne bei mir. Könnte sein. Der Schuss... Du bist da... Wenn du da liegst, äh, Kunde, dann bist du eigentlich relativ safe. Weil man da nur durch das kleine Fenster durch kann. Ja, das Problem ist... Also... Der ging eben genau auf mich, der Schuss. Naja. Lade nah! Cluster! Loll! Ja, die sprengen den Raum gut, dass ja keiner drin ist. Das ziemlich brennt! Moment, ich hör mal. Da seilt sich doch wer ab. Ja, das ist aber zu reden. Ein kleiner Bub, seilt sich ab. Eine kleine Spinne. Kapuze... Ne. Doch, Kapuze, kommen wir an meine Ecke. Wir haben aber jetzt alle Fußmatten im Arsch gekriegt. Okay. Ich hab mich vorhin gesehen. Ja. Die sind drin. Der Gegner versucht nicht mehr den Behälter zu sichern. Eher am Fenster. Shit. Ah kaput... Hallo ist hier auch schon unten. Okay. Immer noch drin. Einer ist am Fenster. Oh, links, links oben. Roter Raum. Oh ne, Moment. Das ist ja einer von mir. Das ist der Alex. Kapuze hat mir auch gleich. Einer tappt noch. Leute, der tappt. Immer noch. Shit. Hinter mir, oder? Schön von mir. Jawoll. What the hell happened? Schön Kapuze. Hast du ihn gebaitet. Ich hab dich nicht angeschossen. Ne, du hast ihn gebaitet. Ne, das bin ich. Und jetzt? Dann will er wegrennen. Ja, ganz gefinkelt war ich. Ne, du hast ihn nicht auf mich geschossen. So war wirklich der Gegner. Ich dachte, ich hab aber zum Glück, dank meinem Aim, nicht auf dich. Ich hab's gemerkt, die sind alle neben mir eingeschlagen. Ja. Das war, weißt du, mein innerer Geist, der wollte dich nicht treffen. Und dann, nein, das ist der Falsche, ne? Der Anti-Aim-Bot. Richtig. Wirklich, ach ne. Seidenwinder, von Seidenbacher. Ash, Seidenwinder. So heißt der Skin bei mir. Ja, bei mir auch. Seidenwinder. Der Sidewinder. Das ist aber ein schöner Haar. Ich konnte, ähm, Kapuz hat ja gerade so lange seine Story erzählt, dass ich ja nichts gehört habe. Ich wollte ihn halt nicht unterbrechen. Ich sitze auf der Treppe und gucke halt, ne, unter diesem Türschlitz nach draußen. Jackal steht 2,50 Meter hinter mir und guckt auf dem Boot und scannt so die Fußabdrücke. Hätte er nach einfach geradeaus geguckt, hätte er mich da sitzen sehen. So ungefähr war das gerade. Hab mich abgelenkt mit meiner Geschichte. Ja, ich hab ihn aber auch nicht gehört, dass er da operiert hat. Hevera ist hier im Zoll. Ja. Die sind alle im Zoll, in Gründer. Ja, in dem richtigen Zollgebäude, links. Rechts ist ja.. Ja, am Haupteingang. Das ist übrigens Dallas Lieblings House hier. Das ist meine absolute favorite Map, ey. Warum? Der mag den Zoll. Ich hasse die Map. Ja, nur, weil du den Zoll nicht magst. stehe. Wie gesagt, sie muss irgendwo hier sein. Ich hasse die Map aber auch so. Ich finde echt das ist eine designmäßig der schlechtesten. Vor allem mit der, ich kann das mit der Garage unten auch nicht verstehen. Die ist ja offen. So, du kannst als Verteidiger da unten reingehen und komplett rauskommen ohne gespottet zu werden. Das stimmt, das ist wirklich Bullshit. Sieht schön aus. Sind die jetzt? Ne, die sind im Kartenraum, ne? Ja, die sind im Kartenraum. Guck mal hier, Caveira ist. Ich bin auch da. Da ist sie. Die kommt jetzt zum Haupteingang. Ist jetzt vorm Haupteingang. Ich schau runter. Der normale Zolleingang, wo du am Hafen spawnen würdest. Wo ist sie hin? Warte, wo ist sie hin? Wenn du sie nochmal bringen kannst, ist gut. Da. Wo ist sie? Da läuft die gleiche Idee. Ja, ich wollte das Fenster aufmachen. Die geht gleich gleich über die Brücke. Ne, sie will eigentlich hier bleiben. Einer schießt. Irgendeiner hat geschossen. Guck mal, das ist sie. Jetzt geht sie über die Brücke. Ne, sie steht immer noch hier in der Ecke. Jetzt hat sie immer eine Drohne. Guck mal, also du siehst. Ja, sie ist immer noch da. Aber das, hier ist, irgendwas geht hier auf. Ja, hier. Da kann ich nicht hingucken. Hat auch so rausgepiekt, dass ich ihn nicht sehen konnte. Leider. Scheiße, die hält uns übelst auf, ne? Ja, wir müssen noten, da wäre halt nicht schlecht. Pass auf, sie muss ja irgendwo da sein. Ja, die kann jetzt überall sein. Aber trotzdem ihre Fußspuren, nicht? Die ist auf der Treppe nach oben. Hm. Ich weiß noch nicht, wo sie war. Ich habe die Fußspuren genommen. Alex, einer von oben, einer von unten? Eine Etage höher schießen. Der hat von oben runter geschossen, sagst du, oder? Alex, bist du? Ja, ich mache gerade die Tür auf. Ne, über dem Fenster ist ein Dropper. Ich habe sie. Nice. Ja, er ist oben am Dropper, einer. Ist in den Flur oben gegangen, immer noch einer oben. Deft vom Dropper aus runter. Habt ihr die Fußspuren? Ach, shit. Das sind zwei aber, zwei Fußspuren. Das ist eigentlich, das ist unten, okay. Hallo, wo war der hier? Da. Das war er nicht. Ich wurde von der Wand angetönt, glaube ich. Meiner ist immer noch da. Ja, da. Der. Okay, das heißt aber, ihr habt zwei unten. Gerade. Aber der Dropper ist halt blöd. Oh, ich hasse die Position so. Wie war doch? Er ist noch dort. Ich habe einen anderen jetzt, glaube ich. Ja, einen anderen habe ich. Eine Mute haben wir nur noch. Vielleicht kann Alex den Dropper nutzen. Na, da ist noch einer drin. Aber Kapuze scannt einen oben, der unten ist. Also er hat oben einen gescannt. Scann mal den anderen, bitte. Ich kann nicht. Wie kann ich das abbringen? Einfach auf die anderen Fußdinger gehen. Nee, geht nicht. Da steht kein F. Ich kann damit F scannt. Aber ich kann nicht. Da steht nichts. Ja, dann der Küche ist der Dropper. Nein, 30 Sekunden ab jetzt. Jetzt muss ein dicker Push kommen. Ja, ich habe, glaube ich, den oberen. Nee, 20 Sekunden. Nee, das war er nicht. Oh shit, sorry. Weich, weich, weich. Ah, fucking hell. Ich gebe ihn rechts im Raum. Habe ich noch einen Headshot gegeben. Hat nicht mehr gezählt. Was, was, was? Fuck, da war man. Und da hat die Mirals gut lange aufgehalten. Oder war auch immer das da war. Ja, am Ende habt ihr aber auch, glaube ich, einen oben gesucht, obwohl keiner mehr oben war. Ich glaube, das war der Ben und der ist schon lange runter gegangen. Weil Kapitänz hatte oben Fußspur die ganze Zeit gescannen und der wird immer unten angezeigt. Achso. Ich glaube, der war oben. Weil der unten gesagt wurde, wo oben ist der. Nee, der war unten. Da hat er angezeigt, der da unten war. Na komm, gleich gib uns den Keller, obwohl der eigentlich ganz schlecht ist. Und? Gambling? Hey. Ist es gut, wenn wir sind? Es geht. Man kann hier fast alles aufschießen. Von oben. Ja, stimmt. Aber kann ich, ich kann auch oben zumachen. Kannst du machen? Ja, mach ich mal. Ich habe ihn gepinkt einmal. Ich kann hier keine Wand setzen. Jetzt. Hast du? Ja, einmal habe ich oben zu. Sind da mehrere hingegen rum? Soll ich hier zumachen, Alex? Wo bist du? Ja, damit die nicht von hinten kommen. Oh, fast reingelaufen. Ja, ich bin da. Da haben wir ja auch noch zu. Hierfür habe ich leider nicht das Aim, um halt über die, über den Hafen zu schießen. Ich muss dann die Türen noch zumachen, wenn es geht. Will jemand in den Toiletten bleiben? Ist das das kleine Ding hinten? Nee. Da habe ich jetzt so Dinger. Da. Da ist alles so sind, ja. Ja komm, ich gehe da rein. Okay. Okay. Oben ist alles zu. Nur Alex im Raum. Ganz kurz heiße bitte. Bei mir sind sie gespawnt. Mach zu. Warte, warte, lass mich raus. Lass mich raus. Wenn ihr was hört, sag bitte früh genug an. Ich bin auf der anderen Seite des Hauses. Schießen hier oben rein, zwischen den Keller oben ran. Ja. Standard Spot, ne? Scheiße. Dumm. Schweißen auf. Ja, der Schweißer ist aber tot. Ja. Kommen aber nicht durch, ist zu klein. Ja, dann kommen sie nicht mehr rein, wenn der jetzt tot ist. Ja, das war die alte, die die Dinger wirft. Achso. Kreu. Oh, scheiße. Das Fenster wäre ja richtig schlecht positioniert. Das war dumm. Hab einen angeschossen gut. Ach, das war so dumm, ey. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Blackbeard draußen. Steht jetzt da, wo ich den ersten gekillt hab. Einer ist hier in den Seitengang schon. Gäh? Achso. Ich hab die Treppe. Die können ran schneller wie ich. Das ist bei mir. Das ist bei mir. Ja, hör doch auf, du dummes Schwarm. Einer ist drin. Ja. Ja. Einer ist hinten noch. Und einer ist über uns. Okay. Können die Treppe kommen. Ich hasse es, ey. Der Helm Sachse gedowned hat, der ist nicht gestorben. Der hat mich nicht gedowned. Du ihn. Achso. Ne, der ist tot. Nein. Oder? Doch, der ist tot. Wir haben zwei. Okay, okay, okay. Haben Runden nix. Einer ist hier noch. Du musst die Kamera kaputt schießen, sagste. Die, äh, dadurch, dass kaputt... Da kommt's. Die Kamera ist in Gegnerhand. Ja, da, da. Ah, okay. Aber die hat nicht mal viel. Aber links, weiß nicht. Grund dran. Bei der Treppe. Wenn du jetzt links schaust, Treppe hoch. Da. Die hat nicht mal viel, 10%. Da war sie. Ja. Alles lebt, gell. Weg. Wo war das? Treppe vom Badezimmer. Ja. Ja, gehen wir mal. Ich wollte gerade sagen, in die andere Richtung. Steff so. Ja, ist immer noch über mir. Ja, die guckt Kamera. Ich lass dich reinlaufen in den Diffuse-Raum. Oder Blend-Raum hier. Ja, ja, ja. Oh. Ist, oh ja. Ist bei dem die? Hey, sag, sag, was machst du da, Conan? Guck weiter dahin. Ich dachte, wär da links. Nein. Geht gar nicht. Irgendwo ne Scheiß. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Hast du ja kriecht. Und noch einen Grund. Die kriecht, ja. Wartet ihr, die hält Granate? Wow. Was ist denn jetzt passiert? Ja, ihr bekommt beide auf der Treppe, glaube ich. Ja. Ja, jetzt kommen sie von links und rechts. Ja, beide im Badezimmer. Gut. Ach, schade. Okay. Die hatte nicht mehr viel, der andere hat noch voll. Schade. Was war das für eine Animation von ihm? Er windet sich. Ja, aber sie hat sich voll gewindet bei mir. Was passiert denn dann? Schade, schade. War aber trotzdem spannend. Wer war dran? Ja. War eine spannende Runde. Leider eine Herz zerreißende Lieder. Wenn es euch gefallen hat, ist ein Like da. Schaut bei anderen vorbei. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Und rein. Tschüss. Tschüss. Guten Tag. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020